ein Video Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ist das Speed 3 und ja bei der Beobachtung ein wählen übrigens achten Volga ein Fenster zweit ist nur glaubt du bist nicht mehr mein Team Wir sind doch eh gerne Teams. Ne, aber ich bin... Hä, was ist denn jetzt los? Ne. Bei mir werden wir auch mal. Boah. Ich krieg's kotzen, wenn ich dich sehe. Du musst mich nochmal neu einladen. Ich lade dich auch neu ein. Bist du angekommen? Jo. Nehmen sie auch diesmal an. Ja, hab ich. Ich hab sie vorher auch angenommen. Ein neuer Spieler ist der Spielsitzung beigetreten. Sie sind Vierter. Was? Die Runde ist einfach zu Ende. Jetzt wirklich? Ja. Sie sind Vierter. Die haben nicht einen Punkt. Hä? Hä, aber die Runde war sowieso sofort zu Ende. Hä? Hä, ach so. Was ist denn da los? Was ist das denn für... Warte, aber du bist jetzt mit drin, oder? Wir lassen sie einmal mit in der Aufnahme. Äh, ja, ich denk schon. Hast du grad die Auswahl, für was du abstimmen kannst? Ähm, ne. Dann bist du anscheinend nicht drin. Ähm, ich hab dich hier aber als, als, als drinnen. Sicher? Ja. Soll ich dir einen Screenshot schicken? Ne, danke. Ähm. Ey, wenn du jetzt nicht mit drin bist, dann ess ich einen... Keks. ...Besen. Mit Keksglasur. Oh, mhm. Äh. Uah. Hä, was hast du grad für'n Bildschirm? Ne, hier, den, den Dingsbildschirm. Ach so, dann, dann, dann. Na, dann, dann, dann ist okay. Welchen hast du? Ich hab hier grad den Ladebildschirm. Nein, den Bumsbildschirm. Den Bumsbildschirm. Ja. Ich guck grad auf den zweiten Bildschirm. Ah, du bist drin, das ist doch... ...fantastisch. Ähm. Ah, jetzt, ja. Da. Ich nehme diesmal... Den hatte ich dann in ein paar Folgen schon nicht mehr. Den? Doch, ich glaub, den hatte ich in der letzten Folge. Das ist ja schon so lange her. Ist ja, ist ja schon... ...muhig mir nicht merken. Wesentlich wichtigerer Dinge, die ich mir merken muss, und zwar, dass das die achte Folge an einem Sonntag ist. Die achte Folge an einem Sonntag. Äh, Mensch. Ich muss früher anfangen aufzunehmen, dann kann man das alles nur reinschneiden. Muss ich auch nicht aufhören, aufzunehmen. 24 Stunden Folge. Ach, ich muss unbedingt mal einen 24 Stunden Stream machen. Denn so mit verschiedenen Leuten, alle zwei Stunden. Ja, ja. Ja, sowieso der Plan, ja. Und jetzt, wo, 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 wo Ferien sind, das ist ja eigentlich mal machbar, ja. 12 Stunden Stream damals hat ja auch ziemlich... ...anal gebumst. Ähm. Aber auch eigentlich ganz cool, der 12 Stunden Stream. Hat richtig Spaß gemacht. Also, von den 12 Stunden hab ich irgendwie 8 Stunden Sims gespielt und hab dabei nicht mal geschafft, einen Charakter zu erstellen. Hab die ganze Zeit nur mit dem Chat gelabert. War echt geil damals. Das war echt, das war der beste Stream, den ich je hatte. So mit richtig geilen Zuschauern und so. Hätte ich gerne zweimal. Aber nicht dreimal. Man muss ja nicht übertreiben. Äh. Inkognito. Kleine Hure. Warst du das? Nee. Nee, puh, ich dachte schon. Ich hatte dich aber auch grad. Oh, das ist, das ist... Ist Hure eigentlich jetzt so ein anstößiges Wort in ein Videospiel? Welches? Das Wort Hure. Darf man das hier sagen zu einer Frau, die mir gewaltig den Sack versohlt? Und ich hab den Zivilisten gemacht. Scheiße. Ja, darf man schon sagen. Ja. Ja. Okay, du Hure. Na, mein Freund? Alter, du leckst aber wie so ein Stück Scheiße. Ah. Du leckst so doll, dass ich dir den Hintern versohle. Du kleines... Kleines Eumelstückchen. Kleine Kotwurst. Entschuldigung. Zack. Nein. Fuck, 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 fuck. Mann. Ich wollte mich hinter den stellen, um inkognito zu werden, ja? Und, ähm, dabei hat er mich betäubt. Sehr intelligent. Schöne Geschichte. Erzähl mir mehr. Ja, gerne. Ich wollte mich hinter den stellen, damit ich inkognito werde. So, dann hat er mich betäubt. Ja, okay. Na dann. Noch mehr. Ja, übrigens, ich wollte mich hinter den stellen, damit ich inkognito werde. Doch dann, stellte er vor, er hat mich betäubt. Gibt's ja nicht. Deswegen sollte ich in der Grundschule immer die Geschichten vorlesen. Ich kann's einfach. Du kannst das einfach, ja? Na? Also nicht lesen, aber Geschichten. Ich schreibe Geschichte. Meine Geburt steht irgendwann in den Geschichtsbüchern. Das, das glaube ich nicht. Na, bei dir ist es die Zeugung, die in Geschichtsbüchern steht. Hä? Pascal, was machst du da so auf der Bank? Alles fit da unten? Nein, Mann! Ich war zum dritten Mal auf den Weg zu dehnen. Fuck, Mann. Alter. Ich bin, glaube ich, nicht mehr Erster, oder? Doch? Okay, okay, kein Problem. Komm, warte mal. Null Punkt. Pascal, du bist der mal wieder. Ja, ich hab, ich, ich war gerade weg, aber jetzt bin ich wieder da. Ich war gerade weg, aber jetzt nicht wieder da? Ja. Inkognito. Machst du gleich inkognito? Sag ich nur. Ne. Das musst du dann, das musst du dann auch betonen. Ich mach's dir gleich inkognito, oder wie? Inkognito. Inkognipo. Oh, ey. Hab ich einen Folgenname. Ja, genau. Ne? Wenn wir das nicht Wohlloseste nehmen, dann hat man einen guten Namen für die Folge. Ähm. Ja, ne? Also die nächste Folge nicht, Pascal. Entschuldigung. Ich fand's ganz humorös. Betäubt. Ja, nice. Und sie hat mich gemacht. Alter, der Zweitbeste hat einfach die Runde verlassen. Ich bin heute ein kleiner Glückspilz. Ich bin ein kleiner Glückspilz. Fuck. Leck mich. Ach, Mann. Da vorne. Da. Los, den mach ich, den mach ich, den mach ich. Zack. Ja, betäubt. Nice. Na? One. Das ist ja lustig aus. So. Wie läuft's bei dir so? Ah, okay. Das sagt ich nicht. Ja, geht so. Die Punktzer sagt alles. Den Vater brachte die Mitte. Das ist ja toll. Ach, Mann. Los. Krieg ich einmal dich und dann werde ich getötet. Das ist richtig asozial. 700 Punkte hat die für meine Eliminierung bekommen. Wofür denn bitte? Ich würde gerne mal sehen, woraus sich die Punkte zusammensetzen, die die bekommen haben. Ja, sag ich ja. 700 Punkte. Ja, ich würde lieber sehen, wie sich die zusammensetzen, als wie viel das sind, weißt du? Lieber selber durch, ähm. Du warst nur zu blond, du scheiß Zivilist. So. Ich finde den einfach nicht, er gibt's doch nicht. Der muss doch hier sein. Wen suchst du denn? Ja, den komischen mit der Glatze da, den Indianer. Meinst du mich? Nee. Du hast ja keine Glatze, du hast ja einen Iroh. Ich sehe ja aus wie, wie Gronke von der Frisur. In drei Jahren. Aber irgendwie sieht jeder Charakter hier aus wie Gronke. Ja, war klar. Ah, da ist er doch. Geht doch. Ach, Mann. Wow, zwischen uns sind 200 Punkte Abstand. Alter, war der dumm. Musst du sagen. Nicht gegen den Spieler, aber. Aber. Das darf man nie sagen. Das bist du, oder? Ja. Ich hab dich angerempelt. Nee, ich hab dich angerempelt. Nee, nee, nee. Das hast du voll verstanden. Nee, nee. Das ist... War ganz erotisch gemeint. Ich habe dich geschlagen. Mich? Oh, stand da. Oh, Mann. Jetzt schlägst du natürlich mich. Ich wollte mich gerade umdrehen und dich machen, aber nö. Natürlich nicht. Ja, ja, ja. Will natürlich nicht funktionieren. War mal wieder nicht schnell genug. Oh, ich hab ein... Oh, blöd ist bekannt. Na, Aufnahmen hört man das. Du hörst das, glaube ich, nicht. Ich hab gerade ordentlich mit meinen Glocken geläutet. Ah, okay. Ja, ich hab das, ich hab das gehört. Okay. Okay. So. Mit meinen Glocken geläutet. Ich finde aber, das macht wesentlich mehr Spaß als mit diesen Kreisen. Und mit diesen Kreisen, der dir die Richtung anzeigt. Ja, finde ich auch. Außerdem ist die Map auch nicht so groß. Ja, die Map ist nicht so groß und... Und man ist einfach... Das ist eigentlich einfach mehr eine Herausforderung, als wenn man halt genau weiß, wer das ist. Inkognito. Nein, nein, ich wollte mich gerade umdrehen. Genau. Das hab ich auch gesagt. Nice. Der ist aber auch schlecht. Ich hab den jetzt schon so auf K.O. gehauen. Na, 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 na. Hey, wie hast du jetzt 500 Punkte gekickt? Boop. Du hast gute Aussehen. Achso, okay. Hab ich schon 100 bekommen? Das zählt, ja. Das zählt. Betäubt? Den betäubt? Scheiße. Ich hab aus der Betäubung gehandelt. Und den schon wieder betäubt, ey. Ich bin heute aber auch gut. Du bist heute auch ein richtiger Betäuber. Ja. Was war denn das gerade für Matzacker? Matz, Matzacker. Matzacker, 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 Matzacker. Das ist ein neuer Salat mit Suzuki. Moin. Och man. Schleich sich aber auch immer an. Los, 5000 kriegen wir. Ich laufe einfach ganz einmal, wie ein Sting-Normale-Zivilist rum. Ja, das hält ja. Kannst du doch auch. Ja, na klar. Hat mich auch gerade gemacht. Naja, aber du musst halt dich auch an den Opfer und nicht an mich ran. Oh, scheiße. Jetzt hat mich zum Beispiel nicht ran geschlichen. Jetzt kriege ich gleich schlechte Punkte. Oh, das war fies. Das war mies. Oh, ich hab hier noch einen Schlüpfer gesehen. Ach nee, das war ja auch nicht ein Schlüpfer. Das war die Schamwahrung. Oh Gott. Tschuldigung. Hey, wo bist du? Wo bist du? Nee, das bist du nicht. Wo bist du? Alter, wo bist du? Ach, Mann. Ich bin nur Erster. Hast du es wenigstens noch einen Dritten geschafft? Ja, klar. Wow. Ich bin begeistert. Natürlich. Oder auch nicht. Immer der Unterschied zwischen dir und dir. Hey, was hast du? Wie viel hast du? Ah, äh, 4800. Und was hatte ich? Ich glaube, 1550. Räuchte. Was bin ich? Der Schinder. Die meisten Attentate. Der Schinder. Was bist du? Der der meisten von mir getötet wurde. Der meist getötete. Der meist getötete. Oder der schlechteste. So, wir stimmen ab. Der war ich ja nicht. Nee, war es nicht. Da hast du recht. Weiß gar nicht, was wollen wir? Wollen wir mal Virginia wieder nehmen? Ich glaube, die Map hatten wir relativ lange nicht. Außer jetzt ganz am Anfang eben. Außer, außer gerade. Außer, außer immer. Ähm, Punkte. Ja, können wir machen. Gut, der nächste nach. Die hatte dann 650. Ich habe den aber auch gefühlt 10 Mal, ähm, gemessert. Also, äh, nicht gemessert, sondern, äh. Ah, jetzt, hier kann man sehen, wie die, ähm, betäubt zum Beispiel. Ich habe 5 Mal betäubt und dadurch 1000 Punkte bekommen. Und ich? Und der hat die meisten, das interessiert mich nicht. Ich weiß nicht, was Dui macht. Darauf achte ich nicht, ähm. So, wir nehmen mal denn diesmal. Warte mal, wann hatte ich die denn das letzte Mal? Ich weiß nicht. Wir nehmen sie einfach mal. Ach. Ey, warum bist du denn jetzt schon wieder raus? Mein Spiel bugt grad. Ja, pff, du bist doch offline bei mir. Jetzt bist du online. Zack, ich habe dich mal eingeladen. Hast du Einladung bekommen? Ja. Sehr schön. Dann müsstest du ja gleich drin sein. Spiel ist einfach viel zu alt. Viel zu alt für mich. Ne, so alt wie du halt. 10. Nice. Spielst du schon? Ne, ich spiele schon, ja. Ne, ich noch nicht. Es ist aber noch niemand, ist noch nichts passiert. Ist noch nichts passiert. Du bist noch nicht gestorben. Ist noch kein Blut und so, also ist alles noch, ist alles noch ganz, ganz feucht. Müschen. Na dann, geht's ja. Okay, eine trockene Runde, ist eher so eine. Gut, ich habe jetzt natürlich erstes Blut, ja, ganz klassisch. Hab dafür auch bekommen. Also du bist das erste Blut oder du warst? Ich habe das erste Blut. Ähm, 400. Ach so. Also, ich habe es gemacht, das erste Blut. So, der hat mich doch instant dicht gehabt und jetzt werde ich aber getötet. 600 Punkte hat er. Warum? Ach doch, man kriegt es ganz kurz. Ah, okay, Punkte-Details kriegt man, wenn man, wenn man, ich weiß nicht, was du drücken musst. Ich weiß nur, was ich drücken muss. Das ist ja geil, man kriegt also doch Punkte-Details. Ja, sag ich auch immer mal. Ähm, da steht nämlich, ähm, wie man die Punkte-Verteilung hat. Wenn, wenn du, ähm, wenn der Todes-Bildschirm kommt, da steht irgendwie über der Punkte-Verteilung die Taste drücken, um Punkte-Details zu bekommen. Wenn du die Taste drückst, kriegst du Punkte-Details, ob das glaubst du oder nicht. Bei der Punkte-Details-Taste. Richtig. Die Punkte-Detailierte-Details-Taste. Ähm. Cool. Die musst du drücken. Aber, was macht denn die? Find die einfach nicht. Ich, ich find dich nicht. Die ist schon dreimal durch den Kack engster gegangen? Doch nicht. Hey, Zivilisten und nicht dich getötet. Ist auch schlecht. Och, ne. Mal gucken, wie viel Punkte hat der bekommen? Siehst du? 205 und Attentat einfach 100. Siehste, das find ich, das gefällt mir an die Funktion, dass man das, dass man die Info bekommt. Dat gefällt mir. Ich hab tatsächlich mein Opfer schon. Da mal. Wo ist die denn? Ich will einen neuen. Ach komm, das gibt's noch nicht. Inkognito. Tz, 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 tz. Und wegrennen. Haha. Ausgetrickst, ausgetrickst, ausgetrickst. Ist die, ne. Auftrag verloren. Ich hab meinen Auftrag verloren. Und du hast jetzt 100 Punkte. Ja, ich hab ja grad meine, ich hab die einfach nicht gefunden. Naja, der muss sich mal ein bisschen anstrengen. Jetzt dauernd durch den Kac-Eingang dagegen, dann läufst du rum und dann geht die wieder andersrum. Welche, welche meinst du, diese, diese, ähm, Indianerin? Indianerin. Ja, die habe ich auch nicht gefunden. Alter. Ich meine, die habe ich die ganze Zeit, äh. Gibt's auch ne. Ich find der schon wieder nicht, ich meinst du. Ich hab das Gefühl, dass er da ist, genau. Los, ja, lauf auf mich zu, lauf auf mich zu. Verräter, lauf auf mich zu, hab ich gesagt. Ach man. Zack. Einfach, inkognito. Zack. 650 Punkte für ein Kill, siehst du, so macht man das. Wie hast du das gemacht? Zack, und betäubt. Ähm, naja, so ein bisschen, äh, kann ich dir ja nachher vorlesen, ganz in Ruhe. Zack. Ähm, so für einfach habe ich jetzt zum Beispiel für lautlos, für Kette und, ähm, 400 habe ich dafür bekommen. Und dafür habe ich für inkognito, für variabel und so habe ich für alles Punkte bekommen. Ich hab mich gefunden. Ja, wo ist denn der? Ist er auf der Seite, oder? Ja, ist er. Zack. Zack. Alter, das war gerade nice. Und weg ran. Das war gerade richtig nice. Ich hab gerade, glaube ich, irgendwie, einmal hab ich, ähm, hab ich, ähm, ich hab, ähm, die hat einen betäubt, dabei habe ich sie betäubt und der, den sie betäubt hat, den hatte ich gerade auf meiner Liste. Also, das ist, das ist natürlich nice, ja. Das ist nice, ja. Dafür habe ich dann noch 2800 Punkte bekommen. Also, jetzt im Nachhinein habe ich die. Gibt's doch nicht. Ich finde den einfach nicht. Fick dich doch, fick dich. Jetzt musste ich rennen, um dich zu töten, weißt du? 100 Punkte, ist ja billig. Einfach bewege ich mich. Ich finde den einfach nicht. Bist du weggerannt. Alter. Alter, das war nice. Wenn das Ding um, wenn das Ding um blau wird, ja, der, umrahmt, ja, dann müsste ich den noch sehen. Alter. Wie viele Punkte habe ich denn jetzt schon wieder bekommen? 350 ist nicht so gut wenn das blau im rahmen ist denn siehst du aber ich sehen auch nicht immer wenn es blau im rahmen ist also ich habe da auch manchmal meine schwierigkeiten musste halt können ja ist halt das auch immer ein bisschen glücksspiel ob der jetzt dabei ist den du machen sollst auch kacke gut aber ich habe wieder einen ordentlichen vorsprung also ich mache mir da gerade nicht so viel sorgen so ich habe sie wusste vorzüglich diskretion auf lautlos geschafft die billigen das mit grad von zwei leuten verfolgt ich weiß dass du dabei bist das war ja mal ein nicer tot aber nur 100 dafür bekommen ich gerannt bin es ist mit den rennen das muss an sich auch irgendwie abgewöhnt und zivilisten getötet bei mir sieht es auch nicht mehr so fit aus mit den punkten na du hast ja bloß 3800 auch man ja aber ich kriege nicht mehr so viele habe ich irgendwie ich habe nicht das gefühl das ist einfach so okay ich hab die jetzt wirklich das gibt es nicht ja gut jetzt werde ich noch getötet schnell ja gut hätte vielleicht erst ihn machen sollen hätte ich vielleicht auch mehr punkte bekommen aber warst ja du oder warst du ja ich musste aber auch wenn sonst hätte ich dich nicht gekriegt punkte details attacke einfach natürlich billig ja nein ich weiß nicht ich glaube du könntest du wärst gar nicht so schlecht in den spiel wenn du ähm ich bin es fast ja ist so dach an aber deshalb die ohne herausforderung gerade für dich in der nahrung mangelnden bildung unter durch das muss man können muss nicht du musst mich gerade machen deswegen werden nicht nur noch hat das gab von mir und scheiße ich kann ja auch mal vor tun ja wie gut man es man kann sich gut gut aber irgendwann ist es mit dem Fortuner dann Was? Wie hast du das denn gekontert? Naja, pfff. Ich hab einen langen Spieß in der Hose. Und schon wieder ein Zivilist getötet. Immer weniger Kilo. Und jetzt haben wir 4.800. Komm, schaffst du auch. 5.000. Ja, ja, schaff ich. Nein! Alter, ehrenhafter Tod. 4.900. Ich hab schnell noch ein Zivilist. Alter, scheiße. Ist natürlich billig, ja? Ja, ist billig. So. Ich glaub, du müsstest einfach so ein bisschen weniger rennen, ein bisschen besser gestragen. Ich renne ja schon ganz wenig. Das Blöde habt ihr halt nicht gefunden. Naja, ich würd dir gerne mal beim Zocken zu sehen. Ich find die Map nicht so geil. Ich find's ja nicht schlimm, ja? Ich bin einfach alles 3. Also am besten finde ich... Alter, geil. Ja, gut, ja. Okay, ähm, dann würde ich sagen, erstmal danke fürs Zuschauen und so. Haut rein, ähm. Genau. Und so. Also, ciao. Bis zur nächsten Folge und so. Tschüss. 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 ...